yo leute hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen fryvlog beziehungsweise schon das ist jetzt schon der samslog ja friday vlog habe ich müssen verpennen ist heute schon samstag um 4 uhr 5 uhr fast um 6 und ich bin immer noch wach was soll ich sagen ich müsste eigentlich mal immer mal ein bisschen was zum thema sagen ich kann mir gleich die xbox starten also startet okay ich muss in jedem fryvlog eigentlich immer so ein bisschen was zum kanal sagen oder ich habe ich muss ja irgendwie immer was zum kanal sagen so ein bisschen und ja was soll ich sagen es gibt nicht viel zu sagen weil es gibt doch kein update so richtig also gta 5 und gta online kommen ja jetzt müsst ihr ja bescheid schon um gta 5 kommt jetzt auch frequent weil ich habe ein bisschen was gefehlt aber jetzt ist genug aufgenommen und 5 mal starten geht anfang am treffaut auf 5 ich muss mal eva media center neu starten irgendwie leckt das wenn ich den tor wenn ich das eva media center starte bevor die xbox startete keine ahnung warum sehr merkwürdig so ja jedenfalls ich will ich kann ja ich gar nicht viel sagen verschraubt da spielt gerade gerade an der frau bofond ja vielleicht kommt er auch mal mit ins gta online-netz-play das weiß ich aber noch nicht da muss ich noch ein bisschen gucken ne und so ja 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 war geflimmer rockstar logo yeah action ja ich glaube eigentlich nur noch scheiße die ganze zeit aber das ist ja bestandteil des friday-vlogs das ist ja tradition deswegen behalten wir das auch so bei ja jetzt habe ich fünf mal allem gesagt jetzt kann ich das video beenden weil jetzt kommt immer noch scheiß bei raus ich bedanke mich fürs zuschauen all rein bis zum nächsten mal und ja schaut weiter rein na tschüss